Um den Schrank. Ja. Versucht sie zu outplayen ein bisschen. Geht rum. Oh, perfect! Das waren vier Leute! Vier Leute! Ciao, ragazzi! Was geht? Euer Squee am Start. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Streamer Battles. Heute spielt Moris gegen Batskills auf der Map Interchange. Die beiden sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst da gerne ein paar Follos drüben. Äh, ich hoffe auf eine geile Show und geile Highlights, ragazzi. Wenn euch der Zusammenschnitt gefällt, zeigt es mir gerne mit einem Like. Schreibt mir was in die Kommentare. Vergesst nicht kostenlos zu abonnieren. Let's go! Direkt hier ins Büro. Idea. Da kommt schon was. Bleibt stehen. Könnte natürlich auch ein Skeps sein, ne? Die spawnen so früh hier. Ist ein Hedgy. Ist echt ein Hedgy. Und der erste Kill für Batskills. Nice. Und Schüsse. Boah. Hat der hier drin? Der ist da drin! Und der hat da gut reagiert! Hat ganz kurz viel Übersicht verloren, aber dann ein richtig starkes Comeback. Fast RIP! Was denn der hingezieht? Fast RIP! Ha ha! Genauso muss da nicht losgehen. What? Das letzte Final-Duell von 2TwistedTV hat auf Interchange stattgefunden. Und das war wirklich so krass spannend. Da kommt was hoch, da kommt was hoch. Jetzt, das ist deine Chance. Knallt das ganze Magazin raus. Glaub schon, oder? Oder PMC. Egal. Wo wurde der Pick-Aber? Er weiß nicht von wo. Gegenüber, gegenüber, gegenüber. Den kann er sich snacken. Also jetzt zieht er an. Knallt raus! Boah, ich glaube, der hat gut getroffen. Der hat gut getroffen. Ich glaube, das war's mit ihm. Können wir das mal sehen, bitte? Ich glaube, der liegt da. Da liegt da. Sehr nice gemacht von BadSkills. Oh, das sind Schüsse. Schüsse, Schüsse, Schüsse. BadSkills im Fight. Im Rasmussen. Bei Maurice, deinem Rasmussen. BadSkills auch im Fight. Duckt sich weg. Jo, Klin da hätte er es. Von Maurice. Von wo war der? Das andere war Salents. Von wo war der? BadSkills. Haut auch noch raus. Das war ein Müll. Bei dem Fight hier, bei dem Fight. Irgendwo in die Couch eingetreten. Lass ihn noch kurz bei Maurice. Wo war die Couch? Vor mich, hinter mir. Okay, den Wechsel jetzt doch. And his name is John Cena! Und hat den! Ja. Was für ein John Cena, Alter! Was macht der denn da? Alter, fliegen mir die Ohren weg. And his name is John Cena! Wo seid ihr bitte? Zwei hat er geholt auf jeden Fall hier. Wir gehen wieder zurück zu Maurice. Das ist die Action, die wir hier sehen wollen. Bei den Streamer Battles. Jede Woche eine neue Ausgabe, Ragazzi. Jetzt gerade aufgeschlossen. Das ist jetzt die Frage. Oder war das jetzt nur von der Sound-Barriere her, dass er genau in dem Step quasi in den Sound des Alarms reingegangen ist? Das ist immer so ein bisschen... Das sind halt Erfahrungswerte. Von da weiß ich es leider selber nicht. Mann, ich will hier aber nicht warten, glaube ich. Dann rein da. Rein! Nate, runter und los geht's! Da muss er, die beiden müssen mal jetzt ein bisschen Gas geben hier. Da läuft er, da läuft er, da läuft er! Ja, gar keine Chance gegen Maurice! Er fässt ihn bei der Zeit. Das sind die Shots, das sind die Shots. Und den kriegt er, der Maurice! Den kriegt er! Sehr gut! Sehr gut! Hoppala. Ja, wartet mal kurz, Leute. Haben wir gleich wieder. Wir sind gleich wieder am Start. Ist da noch einer drin? Muss man halt mal machen! Da war noch einer drin. Hauptsache keine Nullrunde! Das ist der Double Kill und weiter geht's bei BadSkills! Gibt ja auch Vollgas! Auch ein Minus! So will ich das hier sehen! Genau so! Wieder bei Maurice, wieder bei Maurice! zieht sich zurück! Beine Black! Wartet ab! Noch zwei Spiele! Wollte ich gerade fragen! Scheint zwei zu sein! Bei dem Fokusball zu behalten, gar nicht so leicht! Hält ich jetzt den Engel erstmal den Peak? Was? Was? BadSkills haut hier immer noch parallel die Nades raus! Beide harte Fight! Jetzt kann er seinen Vorsprung ausbauen! Snackt sich nippen! 90 vom Gegner jetzt, Maurice! Zirkelt rum! Einer damit! Da ist noch einer! Um den Schrank! Ja! Versucht sie zu outplayen ein bisschen! Geht rum! Und weg! Das waren vier Leute! Vier Leute! Wuhu! Geil! Wichtig! Und weg sprengen! Ganz genau! So muss man das hier spielen! Gar keine Munition mehr! Jetzt geht's wieder im Fight! Boah, ich seh ihn nicht, Mann! Auch hier kommen vier Leute! Vier Leute! Hammer! Einer ist links auf jeden Fall! Leicht aus! Hat er noch nicht! Sehr schön! Gar keinen Schaden bekommen! Warum macht er den Step nach vorne? Okay, dann ganz! Schönes Movement! Schönes Movement! Uh, Verändlöschen! Hat gut kassiert! Jawohl! Hammer! Oh, fuck! Da kommt noch einer! Gub ich da rein! Was ist gegenüber im Shop? Oh! Oh, wie stark! Mit wem will er Faxen? Richtig stark! Okay, sorry! Ich fühl das gerade ein bisschen, weil es ist nicht meine Map und die habe ich gerade outplayed, beide! Die hat outplayed! Was heißt outplayed? Aiming on Point! Die Kobis schallern raus! Oh, wie er da ausweicht! Wie er da ausweicht! Wie kann ich noch leben? Ha- Ha- Hat er? Ne, 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 Step noch! Aber er hat auf jeden Fall einmal getroffen! Irgendeinen Hit hat er auf jeden Fall getroffen! Der Gegner hat einmal aufgeschrien, liegt! Sekunde! Hab's gleich! Bisschen daneben ge-aimt! Scha-ade, 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 scha-ade! Wir schauen kurz, wir schauen kurz, wir schauen kurz... Aber boah, krass, dass er da überhaupt noch über... Oh, ich hab ihn auch! Er hat noch einen getradet! Alter! Natürlich krasser Time-Waste, ne? Alter, hier ist links einer, geradeaus einer und rechts einer, oder was? Wo ist er denn hin? Jiga, knall drauf! Knall doch drauf! Ich hab den nicht umfallen sehen, richtig? Jiga, wo ist meine Waffe? No way! Es hat auch noch Waffen... Ey, meine Waffe ist weg! Hallo! Ach, komm schon! Oh, das ist natürlich super unlucky! Boah, das tut mir natürlich leid! Also, irgendwelche Server scheinen ja zu funktionieren, oder? Wir sind artig drin, ne? Oh, der hat das schön gehört! Oh, nice! Ja, alles klar, Fire! Drei Stück! Und er überlebt's! Und er überlebt's! Was ist denn hier los?! Er zieht sich einfach mal zurück! Er muss sich alles reinknallen, was er hat! Auf einmal drei Leute in der Umwecke! Er ist selber komplett überrascht! Greenstim rein! Ich glaub, die Lobby ist doch nicht so leer, wie er gedacht hat! Einfach mal ein Dreier-Squad, auch nicht schlecht! Links, rechts! Da muss er jetzt rumzöckeln! Da darf er jetzt keinen Quatsch machen! Robital, Robital, Robital! Da kommt die Nate! Damit hat sich der Gegner jetzt schon verraten! Den hat er, den hat er! Hey, da ist! Von der anderen Seite! Ich weiß nicht, ob er vorher schon einen mitgenommen hat! Oh mein Gott! Nein, da sind noch zwei! Kriegt nix ab! Stark! Noch ne schöne Nate! Zieh sich noch eins zurück! Oh nein! Aber er hat damit's genommen! Oh mein Gott! Nice! GG! Maxi, komm mir denn her! Ja, das passt schon! Meine Mods haben das, wie Oli, geguckt! Haben das ausgerechnet und das ist schon okay! Boris hinterher! Der Gegner wartet ab! Muss aufpassen! Seine Brust ist schon... Ist schon red! Halt sich jetzt! Meldonin hat er auch noch in der Tasche! Ja, moin! Erstmal Stormack! Die Priorisierung ist immer richtig gut! Der Gegner hat sich, glaube ich, nicht mehr bewegt! Oh nein! Der muss nachladen! Redskill ist irgendwas minus! Parallel dazu! Keine Ahnung, ob es ein Killer oder ein Spieler war! No, 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 no! Leute, Maurice nur sieben Zuschauer! Das ist aber nicht euer Ernst! Leute, hier sind doch bestimmt noch ein, zwei! Bei so einem Format kann das nicht sein, dass die Teilnehmer so wenig Zuschauer haben! Erstmal Realtalk! Umläuft! Hat, glaube ich, kein Green Stim drin! Dafür geht es hier zu langsam gerade! Die Brust ist halt rot! Brust muss immer voll gehealt sein! Sonst ist gleich Feierabend! Wo ist er hier? Ist der Gegner abgehauen oder was? Genauso, Ragazzi! Und natürlich auch bei Bad Skills, Leute! Nicht vergessen! Wo ist er hin? Schon genug Struggle hat er die ganze Zeit! Er hält sich zu lange mit einem Gegner hier auf! Ich meine, er hat wirklich einen krassen Vorsprung! Für ihn stehen alle Zeichen auf Win! Und da ist er! Und da ist er! Der Gegner schreit noch! Moriss hat ihn! Und ihn jetzt! Noch einer da! Alter! Was geht ab? Genauso, Ragazzi! Ohne Scheiß, das macht mich so glücklich! Das finde ich richtig nice! Ich glaube ich bin ganz hinten durch, da schnapp an. Da ist noch einer, noch einer, da sind noch mehr Steps, alle weg, alle weg! Alle weg, und Bad Kills stirbt an der Nate in dem Moment. Oh, bitter, 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 bitter. Come on, so macht man das! Ja gut, dann, Ragazzi, 20 PMC-Kills von der offiziellen Seite zu 12 PMC-Kills. Damit gewinnt Maurice dieses Battle und ist für heute King of the Raids. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.